Herzlich Willkommen VR-Gamer, Zark McFly, wieder am Start hier mit Qi Jumping Pro VR. Wir haben das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen von Mothership Marketing aus Köln. Vielen Dank dafür und ja, gemeinsam schauen wir uns das jetzt mal an. Ich glaube, man muss jetzt nicht viel dazu erklären. Qi springen. Wir sehen schon hier die Rampe. Mal schauen, wie die Steuerung ist. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier nicht umsonst die Move-Controller ausgepackt, aber alles andere wäre doch eigentlich Quatsch. Schnellsprung? Gibt es kein Tutorial? Schnellsprung. Okay, dann stürzen wir uns einfach mal die Piste runter. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ganz so krass, wer vielleicht schon mal so Trackmania oder sowas gesehen hat. Mit Höhen... Ja, mit Höhen kann ich nicht so gut umgehen. Aber hier geht es gerade. Also es ist immer... Keine Ahnung, bei manchen Spielen juckt mich das nicht. Bei manchen kommt voll die Höhenangst raus. Hier scheint es gerade zu gehen, aber ich war glaube ich auch nicht ganz oben. Schauen wir uns gerade... Ihr seid alle hier wegen mir? Bin ich das? Ne, das kann nicht sein. Tutorial angucken. Oh, sorry. Ist jetzt auch schon weit schneller, als ich die VR anhatte. Okay. Deine Hände müssen vor dir sein. Bewege die Hände nach unten, während du die Zielteste hältst, um dich abzustoßen. Noch mal, zu früh. Ich bin ja... Ach so, okay. Ach so, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Und beweg deine Hände zum Springen hoch. Mach ich es richtig? Mach ein V, okay. Altes Gleichgewicht. Ja. Ja. Nach unten hin und zu landen. Ich möchte mal noch weiter fliegen. Oder nicht? Vielleicht direkt stehen. Wow! 58 Meter. Keine Ahnung. Tutorial noch mal. Komm, wir machen noch einmal Tutorial. Hände müssen vor dir sein. Ja. Okay, da ist die Zeit. T-Tasten gerückt. Halte. Eins. Und los. Und los. Ja. Okay. Ja, natürlich. Scheiße. Mit dieser Zeitlupe. Wandeln. Springen. In drei, zwei, eins. Und springen. Und das V. Blau. Schön. Und Gleichgewicht. Und landen. Boah! Das war aber stark. Oh, naja. 95 Prozent. Das war... Start wiederholt. Auf gar keinen Fall. Okay, jetzt kommt mein erster Sprung. Der erste richtige. Wind. Rückenwind. Heißt das, dass wir Rückenwind haben von Süden? Egal. Oh nein! Oh nein! Zu früh. Ach, sobald ich auf T drücke, fährt der los irgendwie. Ach, guck mal. Jetzt kann man sich das nochmal anschauen. Da kommt er. Der Tag. Perfekter Absprung. Das war gar kein Absprung, oder? Ich bin einfach nur weiter gefahren. Zweiter Sprung. Okay. Jetzt habe ich gelernt. Vier, drei. Ich glaube, wenn die Zeit runter ist. Okay. Er fährt auch zu spät. Das muss mir mal einer erklären jetzt. Boah. Der war gut, oder? Ach ne, ich bin ja zu spät. Losgefahren. Ich verstehe nicht, wann ich genau abspringen soll hier. Erster Sprung. Okay, ich spring jetzt einfach mal bei zwei Sekunden. Ah, okay. So geht das. Schön das Gleichgewicht halten. Und springen. Und V. Und wieder Gleichgewicht. Und landen. So einfach geht das. Ich habe gar keine Ahnung von dieser Sportart. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war von den Punkten. Aber wir versuchen es einfach mal mit mehr Anlauf. Aber ich glaube, das machen die nicht, ne? Vielleicht machen wir es doch. Ich glaube, ich bin schon schneller, oder? Und Sprung. Und V. Und... 108. Okay. Drei Punkte mehr. Sehr gut. Okay. Kann ich hier irgendwie noch was aussuchen? Gucken wir uns nochmal diesen Sprung an hier. Das war schon wieder kein Sprung, ne? Und da fliegt er. Das sieht schon weit aus, oder? Das sieht schon weit aus. Chancenrekord 139 Meter. Ich habe 87 geschafft. Oder 99. Das ist ein sehr verwirrendes Spiel. Oder ich habe einfach viel zu wenig Ahnung von Skispringen. So, schnell springen. Ähm... 18, 9, 19, 19... 19? Ich glaube 19. 19 Sprungchancen. Ist ja eigentlich okay, würde ich jetzt mal sagen, ne? 19 ist zumindest nicht wenig. Ähm... Ob die jetzt irgendwie geil sind oder irgendwelche besonderen... Wie gesagt, ich habe leider gar keine Ahnung von Skispringen. Ich glaube, kein anderes Team. Ähm... Wir gehen einfach mal davon aus. Wir können hier Karriere starten. Wir können auch Österreich... Bulgarien. Ich guck mal, ich hätte nie gewusst, dass in Bulgarien Skispringen bekannt ist. Kanada, klar. China. Ja, okay. Schon eher als Bulgarien. Tschechien hätte ich jetzt... Ja, gut. Das liegt alles bei Österreich, ne? Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien... Italien. Italien. Ja, doch klar, ganz im Norden, ne? Japan. Kasastan. Okay. Südkorea, Lipton, Niederlande. Wo gibt's denn überall Skispringen? Das ist ja verrückt. Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königstät, Ukraine, USA. Wow, ey. Na ja, falls ihr so Bohren hört und alles... Es tut mir wirklich leid. Die sind nebenan seit... drei Monaten mindestens die kleine Wohnung am Umbauen. Ein Kollege von mir hat in derselben Zeit alleine sein ganzes Haus renoviert. Ich kenne nicht das Ganze, aber deutlich mehr Fläche als diese Wohnung nebenan. Fuckt mich einfach ab. Nur so am Rande. Falls ihr das Bohren hört, tut mir echt leid. Ich versuche es rauszuschneiden. Es fuckt mich genauso ab wie euch. Kontinentalkup, Weltcup, vier Chancentournee, Skiflug, Weltcup, Teamtour, keine Ahnung. Also vier Chancentournee habe ich schon mal gehört irgendwo. Eieieiei, Affe, ey. Es tut mir echt leid, ey. Es tut mir echt leid, aber es regt mich mittlerweile nur noch auf. Engelberg, Schweiz. 2. Mai, 144,8 ist der Rekord. Los geht's! Müsst ihr euch vorstellen, beim letzten Super Bowl sieben Leute hier in der Wohnung an mir gepennt. Alle bis vier, fünf Uhr morgens wach. Und um neun Uhr morgens fangen die nebenan richtig ekelhaft zu bohren. Das halte ich von diesen Leuten da gerade. Aber ich will euch ja das Spiel zeigen und mich nicht hier mit meinen Nachbarn aufregen. Wir müssen uns konzentrieren. Und los! Und los! Komm her! Ja, 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 ja. Nicht nach rechts. Das ist okay. Das ist gut, das ist gut. Und Sprung. V. V. Oh! Oh! Spät gelandet! Scheiße! Jetzt muss drauf ankommen, ne? Oh! 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 Scheiße! Das ist ja weit unten. Gnadenlos! Gibt es hier keinen zweiten Versuch? Habe ich die zurückgedrückt? Uuuuup! Okay. Unsere Konkurrenz. Was war das so? Norweger und sowas? Wir müssen uns ja auch langsam hocharbeiten. Es soll ja auch eine Erfolgsgeschichte werden, ne? So. Da fährt hier der Kollege vor mir. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er macht. Okay. Ne, ne. Das sah ja gar nicht gut aus. Komm. Den schlagen wir jetzt. Sieben. Sechs. Wann? Bei Rot, bei Rot, bei Rot. Bei drei, ne? Und los! Zu früh? Ich verstehe dieses System nicht, ne? Superscheiße! Superscheiße! Warum fährt er nicht weiter runter? Danke fürs Jubeln, aber das war Mist. Wie? Was? Jetzt bin ich aber letzter, oder? Okay. Jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Ich verstehe es nicht irgendwie. Warum war das denn jetzt... Warum war das jetzt ein Fehlversuch? Hä? War nicht Deutschland das zweite? Dieses Spiel verwirrt mich so. Skispringen verwirrt mich so. Wer hat diese verwirrende Sportart erfunden? Komm, direkt rein hier. Okay. Die zwei. Die zwei waren ein guter Punkt, ne? Dann machen wir wieder bei der zwei. Drei. Drei. Und zwei. Zu früh jetzt. Ich meine, das Spiel macht nichts. Wieso? Wahnsinnig! Ja, ja, ja. Das ist ja gar nichts. Danke, 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 danke. Was für ein Dreck. Was für ein Dreck. Ja, die 50, die 50, äh, wird wahrscheinlich so stehen bleiben. Was ist denn mit Deutschland passiert? Ach so. Da war gar nichts. Da war 52 Meter. 82 Meter. Okay. Aber wir steigern uns jetzt nochmal 30 Meter drauf. Wir hatten aber auch, glaube ich, schlechte Windbedingungen, ne? Das muss man jetzt auch mal ganz fairerweise sagen. Äh, dass genau bei unserem Sprung der Wind ziemlich ungünstig kam. Ich glaube, Gegenwind ist gut, ne? Weil der dich nach oben, weil der dich oben hält, ne? Ich weiß immer noch nicht, wann der perfekte Absprung ist. Vielleicht genau auf der 1. Ach so. Okay. 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 Und das V. Und dann. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Der war nicht verkehrt. Oder? Ich glaube, der war nicht verkehrt. Von bis zur Landung hin war der schon einer meiner besseren Sprünge. Boah, Alter. Euer Ernst, ey. Ich gehe heute Abend darüber und kack den in die Wohnung hin. Das ist nicht zu glauben. Erster Sprung. Ich kann mich gar nicht konzentrieren bei dem Gebore. Daran liegt's. Okay, okay, okay. Wir wissen jetzt bei der 1. Müssen wir los. Zwei. Und jetzt. Perfekt. Zu früh? 21 Prozent? Wie kann das bei einer Sekunde denn noch sein? Ich bin doch gelogen. Und warum? Und warum? Auf einmal bin ich rechts neben den Skiern. Ich weiß nicht. Dieser Sport. Dieser Sport macht mich wahnsinnig. Ich mache hier ja so lange, bis ich einen vernünftigen Scheiß-Sprung hinbekommen habe. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit fluchen. Kinders, sagt man nicht. Aber das ist jetzt echt zu viel gerade mit dieser... Bohrerei! Und dann dieses Spiel, was total unfair zu mir ist. Sagen wir's wie es ist. Es liegt nicht an mir. Wissen wir doch alle, ne? Okay, komm. Zu früh. Der Start. Ach, der Start. Komm. Wer braucht schon einen guten Start? Ich komme ja im nächsten Lauf, ne? Ich glaube, das letzte Mal bin ich direkt ausgeschieden. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hätte besser sein können, aber... Oh, guck mal hier. Die ganzen Deutschen. Alle für mich. Bin ich Deutscher? Bin ich der Kanadier? 95 Meter. Also, ich bin noch keine 100 Meter geflogen. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich bin 100 Meter schon weit. Aha. Aha. Ich bin noch keine 100 Meter geflogen. Aha. Mhm. 41. So sieht's aus. Willingen? Die haben ne Skischance? Da bin ich mit der Arbeit hin und wieder. Die ist eh geil. Ja, ja. Willingen? Ja, da bin ich nächsten Monat. Da gehe ich aber. Ich trainiere jetzt hier. Und dann fahre ich, wenn ich in Willingen bin, fahre ich zur Skischance. Und dann sage ich den Jungs, ich habe jetzt einen Monat lang Skijumping Pro VR gezockt. Lasst mich mal hier sprengen. Ich zeige euch, wie das geht. Ich zeige euch, wie das geht. Wir müssen immer schön warten, bis die Eins kommt. T-Taste drücken. Und dann immer mit den Move-Controllern Gleichgewicht halten. Und dann werden die sofort sagen, okay. Gar kein Problem. Dich lassen wir springen hier. So, ein Naturtalent. Mit 90% Landung, ey. So, ein Naturtalent. Habt ihr das perfekt? Habt ihr das perfekt gesehen? 100%! Man muss nicht weit springen, es muss einfach nur schön aussehen. Ach, das ist doch eine kleine Chance hier. Ja, okay. Ich sehe ein, die Landung hätte noch ein Ticken früher sein können. Aber das machen wir jetzt besser. Oh, die Zeit, die Zeit. 103,8. Na, der war nicht so weit. Aber... Ah, der Absprung. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Es war zu spät. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Oh. Ey! Das soll nach oben gehen. Hallo. Hallo. Wer war denn da jetzt besser? Ach, komm. Polen. Ab nach Polen. Ist das so? Polen. Das ist schon ziemlich südlich da, ne? Ich glaube, eigentlich ist das so. So wie der Text doch ist. Das ist ja alles bei Österreich da, ne? Im Prinzip. Die ganzen Berge. Ich frag mich, ob ich auch Skispringer geworden wäre. Mit meiner Höhenangst. Zu früh. Es wird nicht. Tut mir leid. Kinder. Guckt mir... Guckt euch nicht meine Videos an. Die war aber... Zu früh. Jetzt wollte ich sicher gehen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ein bisschen Applaus ist okay. Ein bisschen. Da waren ja schon ein paar Sachen auch gut bei. Ich verstehe das mit diesem Timer nicht. Ich weiß nicht. Bitte. Bei welcher Sekunde muss ich springen? Ach so! Ich hab das Gleichgewicht nicht gehalten. Irgendwas hatte ich falsch gemacht. Ich hab die Punkte bekommen. Oh nein! Oh nein! Es ist so stark! Ärgerlich! Ärgerlich! Habe ich 3 Punkte bekommen? Ah ne, ich bin ja gar nicht angehen, hätte ich will. Oh nein! Ich verliere wieder. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Punkte, 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 Punkte. Nischli, nischli tagil. Keine Ahnung, Russland. Ne, Russland hat schon die Form. Es ist verwirrend, wenn der Text da drinnen so anders geschrieben ist. Wir nehmen E3. Was ist denn jetzt passiert? Okay, das habe ich jetzt raus. Genau, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich dachte, irgendwie... Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist... Keine Ahnung, es ist logisch. Zu spät. Das ist super, super streng. Zu früh! Ich habe Angst, es stinkt nochmal. Okay, also... Bin ich schon wieder raus? Ach! Pieps. Stellt euch vor, das ist ein langer Pieps. Ich sage das Schimpfwort jetzt nicht. Aber es kann doch nicht sein. Zu früh scheint auf jeden Fall besser zu sein als zu spät. Außer bei der Landung. Da lieber ein bisschen später. Den Start ein bisschen früher. Und die Landung ein bisschen später. Den Rest habe ich ja eigentlich schon relativ gut raus. Komm her! Komm her, Time! Drei! Perfekt! Jetzt nur gut das Gleichgewicht! 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 Oh! Das ist das Tracking! Das ist das Tracking! 100%! Also, ich gucke mir das nochmal eine Aufnahme an. Aber ich glaube nicht, dass ich mich so bewegt habe. Das ist natürlich leider wieder ein Punktabzug. Also, ich habe einen Platz verloren. Ich darf, ich muss das hier irgendwie alles hier behalten. Die Controller. Zu früh, egal. Lieber zu früh. Ich wollte es schon früher machen. Kacke! Kacke? Ist Kacke okay? Ich weiß es nicht. Verliere und verliere und verliere. Okay, ich glaube, wir müssen uns auch nochmal eingestehen, in Oslo hole ich den Rekord. Nee, ich glaube ich kann es einfach nicht. Ich habe auch jetzt nichts Großes in meinem Spiel gesehen, was ich sonst noch zeigen könnte. Wir gucken jetzt gleich nochmal ins Menü. Ich mache jetzt nochmal hier den letzten Absprung. Komm her. Erster Sprung. Mein aller allererster Sprung heute. Alles vorher wird gelöscht. Zu früh. Das geht jetzt jede Runde so weiter. Alter. Das ist doch... Es tut mir echt leid, dass so jemand Unfähiges euch dieses Spiel jetzt hier vorstellen musste. Ähm... Okay, Karriere. Ich kann nichts... Also ich muss wahrscheinlich die Saison jetzt abbrechen. Bevor ich etwas anderes machen kann. Aber ihr seht, ihr habt ja verschiedene Sachen. Keine Ahnung. Vielleicht. Wie gesagt, ich habe wirklich null Ahnung davon. Also vielleicht ist es auch normal, dass erst diese Cups so nacheinander sind. Äh... Dass es realistisch ist. Vielleicht, weil es gerade läuft. Ich kann eigentlich auch abbrechen. Ja. Ich kann, glaube ich, nichts anderes auswählen. Deshalb, ich schätze mal, es geht damit los. Und wahrscheinlich würde ich gar nicht weiterkommen, weil ich 50. bin. Ähm... Auf jeden Fall könnt ihr das hier alles machen. Skifreunde. Ihr werdet das bestimmt. Ihr werdet sofort sehen. Oh, ja. Cool. Äh... 4 Chancen Tournee. Nice. Cool. Äh... Das und das. Wie gesagt, was warten wir? 20... Äh... Zirka 20... Äh... Sprungschancen. Ihr habt hier ein Profil. Ich weiß auch nicht. Equipment. Man kann, ähm... Genau. Stimmt. Man hat ja oben schon gesehen. Es gibt dieses Geld und so. Ja. Kann man sich natürlich noch ein paar Sachen kaufen. Einen anderen Helm. Aha. 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 Was sehen wir denn da? Fokus... Flugverbesserung. Aha. Man muss sich diese Sachen kaufen und dann wird man besser. Hier für den Flug. Landung. Es ist... Landung, Landung. Anlauf. Wahrscheinlich Geschwindigkeit noch. Absprung. Okay. Man kann sich also noch verbessern. Und ich würde sagen, wir schließen einfach damit ab, dass ich nur deshalb so schlecht war, weil ich halt noch nichts verbessert habe. Hier gibt es auch den Trainingsmodus. Ah... So. Okay. Okay. Und dann kann mein Profil noch ändern. Österreich. Stimmt. Ich bin ja eigentlich Deutscher. Vielleicht bin ich auch Chinese. Ähm... Okay. Das gibt dem Ganzen zumindest ein bisschen Tiefgang, sage ich mal. Ähm... Dass man, ja, so ein bisschen sich das erarbeiten muss. Mit erschwerten Bedingungen anscheinend. Also... Ich weiß auch nicht. Äh... Ich sehe es halt jetzt selber noch im Video. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich mich null bewegt habe. Und das Ding zog übelst krasser links oder nach rechts. Ähm... Kann aber auch an den Stats liegen, dass es halt so vorgesehen ist. Und man sich erstmal ein bisschen leveln muss. Ansonsten, ja. Für jeden Skifan würde ich sagen, ist das eine saubere Sache. Grafisch, ähm... Mittelmaß, ne. Also man hat schon starkes Kantenflimmer. Matschig. Der ganze Schnee ist einfach nur eine Matsch-Textur. Aber... Ansonsten, äh... Zumindest bei den Turnieren. Ich fand das schon, äh... Mit den Zuschauern. Und das Jubeln, das fand ich echt cool. Wenn ich gute Sprünge gehabt hätte, wäre das sicher auch motivierend gewesen. Ähm... Man muss jetzt nicht so viel machen. Also man wird da jetzt nicht groß ins Schwitzen kommen, wie bei einem Beat Saber oder irgendeinem Boxspiel-Creed. Ähm... Von daher aber... Ich würde es auf jeden Fall auch im Stehen zocken, nicht im Sitzen. Ein bisschen... Also ich hätte natürlich auch im Sitzen das alles machen können. Aber für das Feeling ist es natürlich so geiler. Jedem aber selbst überlassen. Genauso wie ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr hier jetzt auf Gefällt mir drückt. Aber auf jeden Fall abonniert ihr diesen Kanal. Und ich würde sagen, haut rein! Bis zum nächsten Mal!